Spannende Musik Ich habe mir überlegt, wenn wir die 1.000.000 Abonnenten schaffen, dann werde ich mich zeigen. Ich mache das nicht. Das kannst du so knicken, Junge. Where are you from? Ich komme von deiner Mutter, du bist ja schon. Hallo? Hallo? Krass, die wissen einfach, dass ich hier bin. Nein, der kommt, ich höre ihn. Oh mein Gott. Die Rakete startet es schon heute. Oh mein Gott, was? Was machst du so in deiner Freizeit? Ja, ich bin 70.000 Meter auf dem Lama rum in Fortnite. Alles klar. Mag ich ein Wiesmuschel? Darf ich diese Kiste öffnen? Frag doch einfach nochmal. Nein, ich kann dich nochmal fragen. Darf ich die Kiste öffnen? Eines Tages vielleicht. Was? Eines Tages vielleicht? Jedes Mal, wenn ich in Fortnite sterbe, muss ich eine Konsole oder ein Handy kaufen. Freunde, die Nintendo Switch ist endlich angekommen. Hier, ihr seht, komplett neu verpackt. Alles original. Mag ich Schimmiesmuschel, darf ich dieses Gewehr mitnehmen? Was? Los, 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 los. Wo gehe ich als erstes runter? Komm schon. Oh, das sieht da Candy Corner aus in der ersten Runde. Retail Row, Lazy Lake. Ey, Wummi, das reicht. Okay. Du musst doch die Lumpen auswählen. Ich glaube, Leute, der ist hier gar nicht. Oh mein Gott. Was ist das? Oh mein Gott. Was seid ihr denn für Ecker eigentlich? Oh mein Gott. Komm hier. Ey, was habt ihr noch nicht gesehen? Komm doch, du Freak. Nope. Das klappt nicht. Oha, wie viele sind tot? Der hat doch jetzt viel geschossen. Ich hab mir überlegt, wenn wir die 1 Million Abonnenten schaffen, da werde ich mich zeigen. Was zeigst du endlich dein Gesicht? Und zwar hab ich ja gesagt, bei 1 Million Abonnenten, und dabei bleib ich auch. Ich weiß noch nicht ganz so genau, wann das mit den 1.000.000 Abonnenten stattfinden wird. Ich muss die Abos weiter im Auge behalten, ne? Das ist echt krass, Mann. Das ist echt so schlecht, Alter. Das ist echt krass. Das ist so schlimm, Alter. Wir haben es geschafft. Warum? Was haben wir geschafft? Ich habe nichts geschafft. Wir haben die 1.000.000 voll und du sagst nicht. Freunde, es war wieder einer dieser Tage, als ich in Fortnite unterwegs war und auf einmal dieses coole Haus hier entdeckt habe. Das ist eine epische Kiste. Oha. Wieso sind hier so viele Bücher? Was hat das zu bedeuten? Lass uns weiter umschauen. Wow, so ein cooles Wohnzimmer. Was ist das hier? Eine geheime Tafel? Ein Buch? Das müssen wir uns auf jeden Fall genauer anschauen. Was steht da? Sprich die geheimen drei Wörter. Zeig dich endlich. Und schnimmst mit dem Finger? Aber es ist nichts passiert. War das nur ein Spaß? Hä? Leute, ich fühle mich auf einmal doch nicht so gut. Was passiert hier? Wow, wo komme ich denn her? Leute, wir sind wieder auf dem Balkon. Hä? Ich verstehe das nicht. Wieso habe ich die Sachen vom Iconic Skin an? Zieht euch das rein. Das gibt es nicht. Ich habe sogar die Hose an, die Schuhe, einfach alles. Wie cool ist das denn? Wow. Dami, bist du das? Das kann nicht sein. Ich habe einfach all die Sachen, die ich gerade im Spiel hatte. Wartet mal. Wieso liegt da ein Handy rum? Vielleicht sind da Hinweise drauf. Das müssen wir uns anschauen. Was ist das? Freunde, es ist endlich soweit. Wir haben die 1 Million Abonnenten auf YouTube geknackt. Und passend dazu gibt es von mir und meinem Partner Lootboy mein eigenes Wannabe 1 Millionen Abonnenten Pack. Und da haben wir ultra geile Highlights drin, wie mein Jubiläumsshirt, das es in zwei verschiedenen Versionen gibt und auf 20 Stück limitiert ist. Dazu habt ihr die Chance auf eine persönliche Videobotschaft von mir und könnt ihr insgesamt 3 Wannabe Wallpaper gewinnen. Außerdem habe ich noch einige meiner Lieblingsspiele für euch reingepackt, wie Forza Horizon 5, Batman oder Worms. Ihr könnt natürlich auch bis zu 13.500 Debugs gewinnen. Ist das nicht krass? Wir machen jetzt 10 Mal mein eigenes Pack auf. Mal sehen, was wir geiles drin haben. Okay, Freunde. Erstes Pack. Was werden wir drin haben? Wow. Wie viele PC-Spiele sind da bitte drin? Das ist kein schlechter Anfang. Was haben wir im Pack Nummer 2 drin? Es ist mein Wallpaper. Ey, wie geil sieht das denn bitte aus? Also bis jetzt sieht es echt gut aus. Mal gucken, was wir doch so drin haben. Und wir bekommen den Eldorado Backbling. Den wollte ich sowieso haben. Oh, wir haben nochmal 5 Euro drin. Was ist das bitte für ein krasses Pack? Das Wannabe Pack ist nur noch bis zum 31.01. um 23.59 Uhr verfügbar. Also haltet euch ran. Checkt dazu einfach den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Und wenn ihr den Code 1Mio benutzt, dann schenkt euch der Lootball noch ein kostenloses Community-Lootpack. Danke an Lootball für diese coole Aktion. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Egal, Hauptsache, ich hab ein neues Handy und eine Spitzhacke. Wobei, ah, was ist das? Mein Kopf. Mann, Mann, was ist das? Zeig dich. Zeig dich. Was wollt ihr? Freunde, ich hab euch versprochen, mich bei 1Mio Abonnenten zu zeigen. Und jetzt ist es endlich soweit. Freunde, was geht ab? Willkommen zum 1Mio Abonnenten Special. Zu meinem Face Reveal Video. Heute ist es soweit. Es ist ein ganz besonderer Tag für mich. Aber ich denke auch für dich da draußen. Denn ich hab natürlich in den letzten Tagen und Wochen mitverfolgt, wie fleißig ihr darüber gesprochen habt. Wie hyped ihr seid. Und wie sehr ihr euch auf diesen Tag hier freut. Jetzt ist es soweit. Ihr lernt mich kennen. Und was cool ist, wir können uns ab jetzt auch in die Augen schauen. Ja, Freunde, es ist ein sehr, sehr aufregender Tag, sich endlich zu zeigen. Ein ganz, ganz besonderer Moment. Und natürlich auch ein weiterer Meilenstein in meiner YouTube-Karriere. Es ist das allererste Mal, dass ich sowas überhaupt vor Kamera mache. Man merkt es vielleicht auch. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Hab leicht shaky hands hier. Und dann auch vor so vielen Abonnenten. Aber ich finde, das macht das Ganze auch so besonders. Denn wenn ich zurückblicke, 2018 habe ich meinen YouTube-Kanal erstellt. Und ich habe damals von null Zuschauern gestreamt. Und ich hätte nie gedacht, mal so eine Reichweite zu haben. Geschweige denn eine Million Abonnenten. Das ist einfach nur krass. Aber was ich weiß ist, das habe ich euch zu verdanken. Eurem heftigen Support über all die Jahre da draußen. An dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Und glaubt mir, wenn ich euch das sage, für mich ist das Ganze immer noch besonders, ein Video hochzuladen. Ich weiß, wo ich herkomme, wenn ich sehe, wie viele Klicks, wie viele Likes und Kommentare ihr einfach in Sekunden da lasst. Das ist einfach nur heftig. Man könnte sagen, ihr seid der Motor, der mich antreibt. Und auch dieses Erfolgserlebnis, eine Million Abonnenten. Das war keine One-Man-Show. Das war eine Teamleistung. Denn ihr da draußen, ihr seid mein Team. Ihr seid meine Freunde. Vielen, vielen Dank nochmal an jeden Einzelnen da draußen für seinen Support. Danke auch an meine Familie. Und natürlich an meinen Bruder Braxis, der fast seit Anfang an mit dabei ist. 2022 hat gerade erst angefangen und startet direkt mit einem Knall für mich. Lasst uns dieses Jahr noch geiler machen als die letzten Jahre. Wow, ich wollte das Video eigentlich kurz und knapp halten. Hat glaube ich nicht so ganz funktioniert. Aber es drängt sich noch eine sehr, sehr wichtige Frage am Ende auf. Und zwar, wie würde es denn jetzt überhaupt weitergehen? Wirst du jetzt mehr Videos mit Facecam machen? Oder ohne Facecam? Ähm, ich sag euch ehrlich, ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Danke dir, Digga. Muss ich mir noch überlegen. Was gut ist aber, ich kann ja dich da draußen fragen. Was ist deine Meinung dazu? Schreib sie in die Kommentare rein. Ich bin jetzt schon wahnsinnig aufgeregt, was du antworten wirst. Ja Freunde, damit sind wir am Ende des Videos angelangt. Puh, das war eine völlig neue Erfahrung für mich. Absolut heftig krass. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Wobei, vielleicht sehen wir uns sogar. Haut rein, bis zum nächsten Mal.